Moin Leute, Trimax hier. Ich bedanke mich immer am Ende des Streams für den abartig krassen Support, den ihr mir begegenbringt. Da ist es aber meistens 3 bis 5 Uhr nachts, deswegen hören das nur die wenigsten. Deswegen jetzt hier nochmal in der Stream-Ankündigung drin. Was zur Zeit abgeht, ist einfach nur krass, einfach krank. Wir wollen ja die 2 Millionen Follower auf Twitch knacken, das hat bisher nur Montel geschafft. Wir sind jetzt bei 1,86. Viele sagen, das dauert noch ewig, aber ich habe hier mal im Hintergrund die Statistiken eingeblendet. Alleine in 60 Tagen fast 230.000 Follower. Gestern im Stream fast 6.000. Klar, gestern war es auch ein 14-Stunden-Stream, aber je mehr Follower dazukommen, desto schneller kommen wieder neue mehr Follower dazu. Absolut heftig. Ja, ich habe auch 400 Stunden gestreamt in 60 Tagen, das ist auf jeden Fall sportlich, aber es macht auch viel zu viel Bock. Also die letzten Tage, wo wir komplett Variety gemacht haben, gestern zum Beispiel Craft Attack, Among Us, FIFA, Call of Duty Zombies und Call of Duty Kampagne durchgespielt. Macht auch einfach so heftig viel Spaß mit euch zusammen. Deswegen an der Stelle dickes, fettes Danke für den krassen Support. So, heute für den Stream steht einiges an. Und zwar beginnen wir kurz mit Craft Attack bis 18 Uhr. Und dann gibt es heute... Achso, ganz am Anfang gucken wir uns ganz kurz mal den Gaming Room von Monta an. Der soll ultra krass sein. Ich habe mich gar nicht spoilern lassen. Ich habe nichts gesehen. Nein, reagieren wir gleich als allererstes im Stream. Danach Craft Attack und dann ab 18 Uhr, und an der Stelle hier auch mal kurze Werbung, weil dafür gibt es heute das Special, machen wir Call of Duty Zombies gegen die Zuschauer. Eigentlich haben wir immer gemacht 10 Euro pro überlebte Runde. Es kann theoretisch auch mal ein krasser Typ kommen, der dann so bis Runde 50 oder sowas packt. Und deshalb machen wir nicht 10 Euro pro überlebte Runde, sondern 20 Euro pro überlebte Runde. Ihr könnt dann einfach, wenn ich das Zeitfenster öffne, euren Playstation-Namen reinschreiben, macht ihr es zu früh oder zu spät, dann habt ihr leider gebannt, weil da gibt es zu viele gierige Leute, die sehr ungeduldig sind. Und dann habt ihr die Chance mitzumachen. Klar, das wollen sehr viele und es können nur drei reinkommen. Wir machen das zweimal. Das heißt, insgesamt sechs Kandidaten. Gewinne ich, kriegt keiner was. Gewinnt ihr 20 Euro pro Runde. Heißt, ihr seid ein heftiger Zombiespieler. Ihr überlebt als letztes in Runde 50, dann bekommt ihr dafür einfach 1.000 Euro. Das ist auf jeden Fall ganz solide. Sponsor von dem Ganzen ist, jetzt die Werbung an der Stelle, ist Level Up. Wir haben mitunter die größten Rabattaktionen des Jahres gerade die 2 für 1. 2 für 1 mit Code Trimix 2. Gaming Booster, bin ich schon ewig Partner. Hau ich mir vor und während jeden Stream rein, feier ich sehr. Sonst wären die 14-Stunden-Streams auch einfach gar nicht machbar. Hier die Black Edition Ready gemacht, die ist nämlich limitiert. Meine eigenen Geschmäcker Triple Green, Triple Red. Mein Favorite Geschmack Galaxy und die Black Edition feiere ich zur Zeit sehr. Könnt ihr gerne abchecken. An der Stelle nochmal viel langer Level Up für das Sponsoren der Preisgelder. So, danach zocken wir eventuell nochmal Craft Attack, weil da habe ich ja wirklich Großes vor. Ich möchte das krasseste, funktionalste Haus mit vier integrierten Farmen bauen. Das wird unfassbar lange dauern, aber ich denke, es ist machbar. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns im Stream. Ich freue mich drauf. Bis gleich.